Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des neuen Netflix-Films Trigger Warning, der seit dem 21. Juni bei, Überraschung, Netflix verfügbar ist. Ich bin der Stu und nicht bei Netflix verfügbar, aber gerade hier vom Mikrofon vorhanden ist der Johannes. Hallo Johannes, moin moin! Johannes, wir beide konnten uns, wir haben uns freiwillig dafür gemeldet, oder? Ja, wir haben uns beide, glaube ich, den Trailer angeguckt und gesagt, ja, das machen wir. Ja, ob das jetzt vielleicht auch zeigt, dass wir nicht die hellsten Kerzen auf der Trotte sind oder ob wir einfach sehr mutig waren, mal schauen. Und Johannes, pass auf, folgendes, wir haben uns den Film ja heute ganz frisch angeguckt. Es gab vorab keine Screener, was immer so ein Zeichen dafür ist, dass Netflix dem Film an sich auch nicht so viel zutraut. Und wir haben ihn geguckt und wie wir ihn fanden, werden wir jetzt gleich klären. Ich hätte vorab aber, ich habe eine Beobachtung gemacht. Hau raus! Ich glaube, es gibt von diesen eigenproduzierten Netflix-Filmen gibt es im Prinzip drei Stück, drei Sorten. Da hätten wir einmal den Netflix-Blockbuster. Da wird viel Werbung für gemacht, da ist ein Minimum ein richtig großer Name vor der Kamera, manchmal auch hinter der Kamera. Das sind so Filme, die auch ins Kino kommen könnten, sowas wie jetzt zuletzt Atlas, Damsel oder The Gray Man. Die zweite Art von Netflix-Filmen ist der sogenannte Prestige-Film. Viele bekannte Namen vor der Kamera, aber diese Filme haben immer so eine gewisse Eigenwilligkeit. Deswegen sind die in der Film-Bubble sehr beliebt und auch gerne mal bei der einen oder anderen Preisverleihung. Sind aber fürs breite Publikum eher uninteressant. Filme genannt werden jetzt hier Mank, Roma, Bardo. Und dann haben wir die dritte Kategorie und zu der würde ich auch Trigger-Warning zählen. Den sogenannten Freitags-Film. Das heißt, jeden Freitag muss der Netflix irgendwie neues Futter raushauen und dann kommt dann eben so ein Film, wo ein, zwei bekannte Gesichter dabei sind. Nicht zu prominent, aber auch nicht zu unprominent. Und vielleicht hinter der Kamera eine junge Regisseurin mal sehen und auch gerne immer im Genre verortet. Allerdings nie so sehr im Genre verortet, dass es jetzt, ja, dass Mutti nicht auch mitgucken kann. Also Filme, die schon darauf ausgezielt sind, demografisch ein breites Feld abzudecken. Ich glaube, das sind im Kern die drei Netflix-Filme. Du kannst mir jetzt gerne sagen, dass ich unglaublich schlau bin oder sagen, das ist Schwachsinn. Wie du willst. Also du und unsere Zuhörerinnen haben jetzt nicht mitbekommen, ich habe die ganze Zeit genickt. Also ich glaube, ganz grob kann man das auf jeden Fall so sagen. Und ich würde auch Trigger Warning nicht als irgendwie anspruchsvollen Arthouse-Film bezeichnen. Und für das Blockbuster fehlt eben das Budget und auch der Cast. Ja, auch wenn Jessica Alba natürlich ein bekannter Name ist. Ja. Kannst du sie eigentlich so richtig? Weil ich hatte das Gefühl, sie war Anfang der 2000er, war sie so kurz davor, den großen Sprung zu schaffen als zum Superstar. Mit dieser Serie Dark Angel, die auch von James Cameron produziert wurde. Dann hatte sie halt so ein paar Auftritte in, ja, die ersten oder zwei Fantastic Four-Filmen, die jetzt nicht so erfolgreich waren. In Sin City hat sie mitgespielt. Weil ich hatte immer so das Gefühl, sie steht kurz davor, so den Sprung zu schaffen, dass sie wirklich ein Superstar wird. Wie jetzt zum Beispiel eine Anne Habeway, eine Emily Blunt oder eine Margot Robbie. Aber sie hat es dann nie so richtig geschafft. Sie hat sich ja dann, glaube ich, auch teilweise ins Familienleben nicht zurückgezogen. Aber man wurde halt Mutter, hat sich um dann andere Prioritäten gehabt. Und hat jetzt die letzten Jahre tauchte sie immer mal wieder auf. Zuletzt in dieser Bad Boys Spin-Off-Serie L.A. Findest, die, glaube ich, nach zwei Staffeln relativ unspektakulär, soll es heißen, beendet wurde. Wie stehst du zu Jessica Alba? Ja, also, ne, sie ist halt eine irgendwie enorm schöne Schauspielerin, die, glaube ich, in den 2000er dadurch, glaube ich, relativ erfolgreich war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie eine ultra-talentierte Schauspielerin ist. Was halt spannend ist, dass sie immer schon so auch in Genre- und Action-Produktionen zu finden ist. Das machen ja andere Schauspielerinnen eher weniger. Also, wenn man, weiß ich nicht, irgendwie an die 2000er irgendwie an Katharine Heigel denkt, die ja gefühlt nur in diesen Rom-Coms zu finden ist. Bestimmt gibt es auch andere Filme, dann habe ich es nicht mitbekommen. Aber Jessica Alba ist ja auch schon in irgendwie Maschetti aufgetaucht. Oder halt, du hast Sin City angesprochen. Das fand ich irgendwie schon ganz cool. Aber dann war sie gefühlt irgendwann weg. Ich habe jetzt für die Podcast-Folge auch nochmal geguckt. Sie hat ja fleißig irgendwie immer weiter gedreht, aber nicht irgendwie im größeren Bereich. Also, es fehlte irgendwie, du hast es gesagt, es fehlte so der Durchbruchsfilm, glaube ich, für sie. Und das ist irgendwie, ja, schade. Aber zumindest ist sie ja nicht ganz weg vom Fenster gewesen. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch nach der Sichtung von Trigger Morning mal so geguckt bei der IMDb, was sie so gemacht hat. Und war auch ein bisschen erstaunt, wie viel sie denn gemacht hat. Aber das meiste ist zwar hier auch erschienen, aber dann entweder nur auf DVD oder halt auch direkt auf irgendeinen Streaming-Kanälen. Das heißt, sie hat es irgendwie geschafft. Sie ist immer noch ein bekanntes Gesicht und auch ein bekannter Name. Aber ich finde, mit ihr einher geht nicht so dieser Fame. Also, wenn ich Jessica Alba höre, also den Namen denke ich nicht an Superstar, sondern einfach nur, das ist halt eine bekannte Schauspielerin. Aber halt eben nicht die bekannte Schauspielerin. Und ich bin mir unsicher, ob ich das schade finde, denn sie hat ja durchaus eine gewisse Präsenz. Auf jeden Fall. Die hat so einen Star-Appeal. Ich musste gerade, als du das so beschrieben hast, auch so ein bisschen an Keira Knightley denken, die ja auch in den 2000ern in großen Blockbustern dabei war. Und dann nicht mehr so. Also, auch sie dreht immer fleißig Filme und auch irgendwie anspruchsvolle Filme. Ich finde, das geht in eine ähnliche Richtung. Ich würde, glaube ich, Keira Knightley als begabtere Schauspielerin bezeichnen. Zumindest, was ich jetzt gesehen habe. Aber es ist auch irgendwie dieses, es fehlte auch ihr so der Hauptrollen-Durchbruchsfilme-Blockbuster. Ja, das stimmt schon. Also, Keira Knightley hat schon die, ich würde sagen, anspruchsvolleren Rollen gespielt. Wenn ich jetzt auch mir die Filmografie von Miss Alba ansehe, da sind halt auch viele gute Filme. Also, zum Beispiel Sin City ist ein Brett von einem Film. Aber ich sehe relativ wenig, wo ich jetzt sage, wow, da hat sie mir darstellerisch wirklich gefallen oder da war sie überzeugend. Also, dir fehlt halt schon so in dieser Filmografie das in Anführungszeichen anspruchsvolle Zeug. Und ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, anspruchsvolles Trigger-Warning jetzt nicht, oder? Man kann zumindest sagen, dass sie vielleicht physisch ein bisschen herausgefordert wurde. Weil das sagen ja durchaus häufig Schauspielerinnen und Schauspieler, dass gerade Actionfilme körperlich einiges von ihnen abverlangen. Da hat ja auch Enya Taylor-Joy erst kürzlich zu Furiosa einiges gesagt, dass es irgendwie, glaube ich, der anstrengendste Dreh für sie überhaupt war. Ich würde sagen, Trigger-Warning war nicht so anstrengend wie Furiosa, glaube ich. Aber körperlich geht es da doch zur Sache. Worum es genau in Trigger-Warning geht, das kannst du uns eben mal kurz erklären, bitte. Das mache ich. Jessica Elber spielt Parker. Wir erfahren auch, glaube ich, nicht ihren Vornamen. Parker ist Spezialagentin und nach einem erfolgreich abgeschlossenen Einsatz erfährt sie, dass ihr Vater gestorben ist. Also geht es zurück in ihr Heimatort. Und da findet sie dann irgendwie raus, okay, ihr Vater ist gestorben, aber weiß ich nicht, stimmt da irgendwas nicht? Also sie meint da vielleicht, ja, da stecken mehr dahinter und Überraschung, natürlich steckt mehr dahinter. Und dann sehen wir halt, wie sie ja in ihrem Heimatort ermittelt und versucht herauszufinden, wer da wirklich hinter steckt hinter dem Tod von ihrem Vater. Ja, vielen Dank. Ich hatte im Vorfeld den Trailer gesehen, der hatte mich durchaus neugierig gemacht, weil der Trailer mir suggeriert hat, das wird halt ein, ja, jetzt kein Meisterwerk, aber es wird ein echt gut gemachter Actionfilm. In dem hat Jessica Elber auch mal ein paar Leuten die Hand bricht und auch gerne mit dem Messer zugegend ist. Und irgendwie, ich weiß nicht, woher ich diese Idee hatte, weil auch in irgendeinem Synopsis, das ich gelesen hatte, stand auch irgendwas von wegen, dass eine Bar eine wichtige Rolle spielt. Und ich dachte, ah cool, Roadhouse von Netflix mit Jessica Elber, bin ich dabei, hab ich Bock drauf. Muss jetzt aber sagen nach der Sichtung, mit Roadhouse hat der Film echt wenig zu tun. Denn wo Roadhouse, also jetzt mal das Original von 89 genommen, halt so ein kultiger, ziemlich ursinniger Klopperfilm ist, nimmt sich Trigger Warning dann doch erstaunlich ernst. Und ich kann gleich vorweg sagen, ich finde, dieser Film nimmt sich zu ernst. Wie siehst du das? Ja, ich hab auch nach dem Trailer so ein, dieses, ne, aktuell, ne, John Wick prägt ja das US-amerikanische Kino und es gibt auch viele Filme, die dann so als Female John Wicks beschrieben werden. Und ich finde, der Trailer macht diesen Eindruck. Ich hab dann auch geguckt, der Film ist unter anderem produziert von Thunder Road Pictures, die halt auch die John Wick-Filme produziert haben. Oder Expendable, Silent Night von John Woo, Monkey Man von Dave Patel. Also halt schon ordentliches Action-Kino. Und ja, Trigger Warning ist nur bedingt ein Action-Film. Also der hat schon so ein paar Action-Sequenzen, aber eigentlich ist das eher so ein Rache-Ermittlungs-Thriller. Also ich, also das, das muss man vielleicht am Anfang sagen, damit die Leute, die jetzt hören und denken, okay, vielleicht gucke ich mir das an und ich möchte Action sehen. Deswegen sollte man den Film nicht gucken. Das ist, und auch wie du sagst, ein sehr ernster, relativ geerdeter Thriller, der halt ab und zu, ja, so ein bisschen gekloppert. Klassisch fängt's auch mit Action an, so als Appetizer, wo wir halt sehen, wie Parker in ihrem Einsatz irgendwo im Ausland, ich glaub, das ist Syrien, halt schon mal klar macht, was ihre Fähigkeiten sind. Da lernen wir dann auch ihren Kollegen und besten Freund kennen, der natürlich auch ein Hacker ist, denn man weiß, bei solchen Filmen braucht man immer einen Hacker, weil irgendwann steht man vor irgendeinem Passwort und dann muss man einfach anrufen, den Kumpel und sagen, hey, Johannes, ich brauche hier das Passwort von Chef Andi. Und dann kommt raus das Passwort von Chef Andi, lautet Chef Andi. Und dann sag ich, cool, vielen Dank. Also auf diese Art und Weise wird der Film auch erzählt. Und ich lass mir das ja gerne gefallen, aber da musst du als Film mir dann auch irgendwas liefern, was dann auch ein bisschen Spaß macht. Und du hast es schon gesagt, wer jetzt für die Action gekommen ist, der wird sich wundern, denn der Film geht minus Abspann 100 Minuten. Und ich würde sagen, es gibt vielleicht zwei, drei wirklich herausprägende oder herausstechende Action-Szenen und die sind solide gemacht, aber die sind weit davon entfernt, auch nur ansatzweise so zu sein, dass ich sage, wow, das hab ich doch nie gesehen oder cool. Ich könnte mir vorstellen, in ein, zwei Monaten das einfach nochmal, nur diese Action-Szenen auf YouTube nachzugucken, was ich je so geil fand. Ja, das stimmt leider. Also im Trailer sieht man die Szene, wo sie in einem, weiß ich gar nicht, Supermarkt-Kiosk in der Richtung ein paar Gauner fertig macht. Und das ist halt auch schon die krasseste Action-Sequenz in diesem Film. Ich finde auch, die ist gut gemacht. Jessica Elber, finde ich, macht das auch völlig in Ordnung. Sie ist nicht so cool wie zum Beispiel Charlize Theron in Atomic Blondie, die da ja wirklich alles gibt und richtig krass ist. Aber ich finde, man kauft ihr das ab, trotz ihrer irgendwie, sag ich mal, zierlichen Figur. Aber ja, mehr Action, das ist okay. Aber das ist, ja, es ist halt kein Action-Film. Und das ist schon ein bisschen, ja, Etikettenschwindel, was der Trailer da macht. Durchaus, vor allem, weil diese eine Szene, ich glaube, ist auch ein Baumarkt oder so, da gibt es ja Momente, wo ich dachte, okay, das könnte jetzt echt lustig werden und interessant, wenn dann plötzlich so eine Kettensäge zum Einsatz kommt oder ein Bolzenschneider und wie dann die Gerätschaften benutzt werden. Aber ich merkte dann auch recht schnell, okay, ich möchte den Machern des Films nichts Böses, insbesondere der Regisseurin, die aus Indonesien kommt und die dann mit Namen heißt Mudi Surya, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Aber die Frau kann keine Action inszenieren. So ist es einfach. Also mir fehlte da der Wumms, mir fehlte da so eine Energie, eine Kinetik. Die ganzen Action-Szenen waren so umgesetzt, dass ich sage, okay, cool. Also Jessica Alba legte sich ja ins Zeug und da waren auch wahrscheinlich echt Profis am Werk. Aber es sieht halt im Film einfach nicht gut aus. Mir fehlte da immer irgendwas. Wie war es da bei dir? Ja, das ging mir ähnlich. Aktuell haben wir die Zeit im US-amerikanischen Action-Kino. Es soll weniger Schnitte geben. Die Choreografien sollen mehr gezeigt werden. Das wird ja auch Anfang des Jahres der deutsche Film 60 Minuten, würde ich sagen, ausprobiert. Wirklich an diese Klasse von John Wick oder wenn wir ins internationale Kino gehen, The Raid. Vor allem The Raid 2. Aber bei diesen Filmen fehlt, also nicht bei The Raid und bei John Wick, aber bei den Nachahmerfilmen fehlt vor allem, finde ich, die Klasse mit der Kamera. Also man muss irgendwie mit der Kamera arbeiten können, dass man da mitgeht, damit da so eine Dynamik und so ein Tempo entsteht. Weil die Choreografien sind da. Also wenn Jessica Alba sich mit so einer, ich weiß gar nicht was das ist, Lederschürze gegen die Kettenwege verteidigt. Das ist schon gut gemacht, aber es fehlt irgendwie, dass die Kamera dann ranfährt, sich mitbewegt. Da fehlt dann dieser Drive und das ist echt schade. Ja, allgemein muss ich sagen, der Film hat überhaupt gar keinen Drive, also auch erzählerisch. Also diese Handlung, die ja im Prinzip sehr, sehr simpel ist, schleppt sich halt so von, ja, von einer Szenerie zur nächsten. Dann hast du halt eben so die obligatorischen Bad Guys. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht sagen, was die Bösen eigentlich sind, aber es ist jetzt ganz ehrlich, das ist kein Film, wo ich eine Spoilerwarnung aussprechen würde, aber ich möchte trotzdem nichts verraten. Es ist sehr, es ist Hausmannskost, also im negativen wie im positiven Sinne. Das ist nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte, aber es ist halt irgendwie so kraft- und saftlos erzählt, obwohl der Film, und das muss man ja wirklich sagen, Netflix ist ja bekannt dafür, dass sie gerne mal Filme machen, die irgendwie eine Stunde zu lang sind, ist der mit 100 oder 106 Minuten ja noch einigermaßen erträglich, aber er fühlt sich halt trotzdem an wie ein Zwei-Stunden-Film, weil er einfach nicht zur Potte kommt. Und ich mag es einfach nicht, wenn man als Zuschauer da sitzt und eigentlich schon längst weiß, welches Spiel gespielt wird, aber dann die Figur oder Hauptfigur immer noch so tut, so, hm, seltsam, was könnte es sein? Und man pflegt nur diese Handlung an, ich weiß, was los ist, jetzt mach hinne. Siehst du es ähnlich oder wagst du es etwa mir hier zu widersprechen? Nee, ich sehe das ähnlich, also ich finde, der Film passt da irgendwie nicht zusammen, weil diese Inszenierung ist halt von so einem geerdeten Thriller, wo man irgendwie nachverfolgen möchte, wer steckt dahinter, wie findet sie das heraus? Das Problem ist aber, die eigentliche Handlung ist das von so einem stumpfen Actionfilm, wo nach fünf Minuten eigentlich klar ist, wer hier der Böse ist und wer verkloppt werden muss. Und dann gibt es halt in einem stumpfen Actionfilm halt alle fünf Minuten eine krasse Actionsequenz und dann ist die Handlung halt egal. Aber das fehlt hier halt. Und für diesen geerdeten Thriller, ich finde es irgendwie gut, dass der sich ernst nimmt und der nimmt sich ja auch relativ viel Zeit für die Trauer von Parker, dass sie ihren Vater verloren hat und ist da irgendwie geerdet. Aber dafür ist die Handlung überhaupt nicht spannend genug. Und auch, also es werden so irgendwie gefühlt Sachen angeteasert. Ab und zu sieht man ein, ist es ein Leguan? Irgendwas Echsenmäßiges. Und das soll ein Gag sein. Aber das funktioniert als Gag nicht. Dann findet sie irgendwann, oder ne, was heißt findet, sie bekommt eine Art Machete in die Hand. Und ich dachte, geil. Yeah. Und dann trainiert sie damit sogar. Und du denkst, boah, im Finale muss sie jetzt aber krass damit abliefern. Ja, Spoiler, nee, tut sie leider nicht. Also sie benutzt sie, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da gejubelt habe und gedacht habe, yes. Das mit dem Leguan oder mit dem Eidechse fand ich auch echt, wo ich dachte, was soll das denn? Es hat mich ein bisschen erinnert an den vierten Bad Boys, wo ja so ein Riesenalligator angeteasert wird. Mit dem Unterschied, dass dann bei Bad Boys dieser Riesenalligator auch was zu tun bekommt. Und nichts ist schlimmer, als wenn du halt wirklich so Sachen so anteaserst und sie zwar dann irgendwie bringst, wie die Machete, aber auf so eine lustlose und unspektakuläre Art und Weise, dass du dich echt fragst, warum macht ihr das jetzt eigentlich? Also sowieso diese ganze Figur der Parker, ich weiß nicht warum, aber sie ist ja sehr messeraffin. Also sie hat ja wirklich das Messerauserkorn und ist ihre Lieblingswaffe, was ich okay finde. Und sie hat auch ein paar Momente, wo ich dachte, okay, cool, was sie alles mit dem Ding kann. Aber es fehlte mir dann echt irgendwie so diese eine oder die ein, zwei Momente, wo sie mit dem Ding auch mal richtig reibach macht. Ob sie jetzt mit einer Pistole, mit ihren Fäusten oder mit dem Messer halt die Leute da K.O. schlägt, sag ich mal, macht hier im Prinzip keinen Unterschied. Das ist irgendwie schon schade. Ja, der Film liegt irgendwie ganz viel auf den Tisch und lässt da die Sachen auf dem Tisch liegen. Es gibt dann auch eine Szene, wo irgendwie Leute vor Ort bedroht werden und eine Frau holt die Schrotflinte raus. Und ich denke, cool, ist irgendwie so eine taffe Frau, die da halt auf dem Land wohnt. Natürlich hat sie einen Schrotflinte dabei. Ja, aber die benutzt sie natürlich nicht. Und also ich denke immer so, das ist eine Sache und ich denke, oh, das ist der Aufbau für irgendwas. Aber dann fehlt das, was danach kommt. Das ist so schade. Total. Also da gibt es auch so viele Momente in dem Film, wo ich dachte, warum macht ihr daraus nichts? Oder allgemein, warum sind die drin? Zum Beispiel, man kann ja sagen, dass Teile der Schokerie Right-Wing-Politiker sind. Also im rechten Flügel der Politik angeordnet sind. Und das wirkt auch wieder so ein bisschen so, ja, es macht gerade jeder, es ist so ein bisschen pflichtschuldig und hey, es ist immer cool, natürlich gegen rechte Leute zu verprügeln. Das sehe ich ja ein. Aber ich finde halt, wenn du sowas bringst, dann musst du es auch richtig nutzen, weil ob der Bösewicht jetzt ein rechts oder links oder der hätte auch ein Alien sein können, das hätte, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Ja, also ich finde schon, dass der das, ich sag mal, subtiler macht als andere Filme. Also da gibt es andere Filme, die das viel mehr auf die Fresse und viel plumper machen. Das ist hier mal so, mal so. Aber, also ich sag mal, wenn es nicht dabei gewesen wäre, hätte es dem Film jetzt nicht so viel genommen, weil es halt nicht groß thematisiert wird. Also es soll halt darum gehen, ihr Vater ist ein Latino, aber das ist nicht so, dass das eine Rolle spielt. Und, ja, soll man das so sagen? Ja. Aber natürlich, ich bin völlig bei dir. Also rechte verkloppen ist immer gut in Actionfilmen, aber es ist ja nicht so, dass diese befriedigende Action hier kommt. Also, es gibt auch eine Szene, wo sie einen der Badgeist stellt und dann ist auf einmal, ist Schnitt und dann ist das weg und dann weiß man so, hä, was ist jetzt passiert? Sie sagt dann einen Satz dazu, aber ich dachte, Entschuldigung, er ist ein riesig, er ist ein voll der Arsch. Ich möchte sehen, was ich mit ihm mag. Ja, es gab auch ein paar Momente, wo ich dachte, okay, sie hat jetzt endlich diese eine Figur gestellt und jetzt drischt sie auf sie ein, aber es fühlte sich, wie gesagt, so unbefriedigend an, weil es auch so nebenbei inszeniert worden ist. Und ich kann ja verstehen, wenn die Filmemacherin sagt, ja, sie möchte damit irgendwie zeigen, dass Gewalt keine Lösung ist, aber das passt dann auch nicht rein, weil dafür ist es dann doch zu sehr ein Genre-Film. Es ergibt einfach irgendwie so vieles keinen Sinn. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es für diesen Film vielleicht einfach die falsche Regisseurin war. Ich möchte der Dame nichts Böses, die hat vor, ich glaube, ungefähr sieben, acht Jahren in ihrer Heimat, Indonesien, einen ganz tollen Neowestern gemacht, der hieß Malina. Der ist ganz, ganz toll, aber Trigger Warning ist kein kunstfertiges Projekt. Bei Trigger Warning ist es eine Geschichte, da musst du halt liefern. Da musst du Erwartungen schüren und diese Erwartungen dann befriedigen. Und das macht der Film nicht. Der ist nicht gut darin, die Erwartungen zu schüren, weil er wirft zu wenig ins Feuer. Und wenn es endlich dazu kommt, dass dann die Befriedigung einsetzt, ist es mehr so, und das soll es gewesen sein? Also, John Wick, der erste John Wick zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel. Der hat auch unglaublich lange Passagen, wo nichts passiert. Was der aber dafür hat, der hat ein Worldbuilding. Ja, der zeigt dir ganz viele Sachen, die für dich neu sind. Diese Gangster-Welt, da kannst du richtig eintauchen. Bei Trigger Warning hast du nichts, was du nicht schon kennst. Also, dass da eine Barge in der Wüste steht, wo die Leute alle nett sind, okay, das ist interessant für drei Minuten, aber nicht 30 Minuten. Das ist zu viel. Ja, die ganzen Nebenfiguren bleiben halt auch völlig blass. Also, es tauchen dann auf einmal relativ viele auf und ich dachte eigentlich, okay, irgendwie wäre es schön, diese Figuren zu kennen, aber ich kenne die Figuren nicht. Also, den einzigen, den man so ein bisschen mehr kennenlernt, ist ein junger Mann, der in der Bar gearbeitet hat. Den kennen einige vielleicht als Hauptdarsteller von The Night Agent, der Netflix-Serie. Da hat er viel mehr zu tun als hier. Aber die ganzen anderen Figuren, die sind halt einfach da. Also, ich musste auch vom Aufbau so ein bisschen an die erste Staffel Reacher denken auf Amazon Prime. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja. Die ist viel, viel besser, aber weil da ist es eigentlich eh nicht. Es kommt sozusagen eine Hauptfigur in so einen Kaff, wo halt einiges los ist und da wird so ein bisschen aufgemischt. Aber der Unterschied bei Reacher ist halt, also Alan Richardson ist halt ein Berg und der liefert halt ab. Also, die ganze Serie ist, das ist ja, die geht ja wahrscheinlich viermal so lang wie dieser Film, aber die ist so kurzweilig, weil die Hauptfigur ist cool, die Nebenfiguren sind cool, die Action ist richtig, richtig gut. Und ja, das ist so schade. Also, ich finde irgendwie Trigger Warning, ich finde ihn nicht schlecht, aber gut ist der jetzt auch nicht. Also, das ist nicht so ein Netflix-Film wie The Mother mit Jennifer Lopez oder dieser Heart of Stone mit Gal Gadot, wo ich wirklich gesagt habe, boah, das ist echter Schund. Aber ich, hm, ja, das ist der so, hm. Ja, ich glaube, der Unterschied, warum zum Beispiel jetzt sowas wie, für mich war es zuletzt Atlas, der fand ich ganz, ganz furchtbar, oder hier Red Notice und solche Sachen, weil da merkst du halt auch, da ist halt irgendwie Milliarden von Dollar reingeflossen. Und du fragst dich halt, wenn ihr so viel Geld habt, dann müsst ihr aber auch irgendwie was abliefern. Und Trigger Warning, der sieht nicht schlecht aus, aber du siehst dem schon an, das war jetzt kein Premium-Projekt von Netflix. Die haben den finanziert, ja, der wird vermutlich auch erfolgreich genug sein, dass Netflix sagt, jo, okay, die hat uns wieder zwei, drei Abonnenten mehr reingebracht, gut, Job erledigt. Ja, aber er ist jetzt, er ärgert mich nicht, das muss ich auch sagen. Also zum Beispiel Atlas hat mich halt wirklich geärgert oder Lift mit Kevin Hart, das sind so Filme, wo ich dachte, Leute, was wollt ihr denn von mir, was ist doch, ist ja schlimm. Bei Trigger Warning, Trigger Warning ist ein Schulterzucken, nicht mehr. Also das ist ein Film, ich hab's auch in meiner Movie Break-Kritik geschrieben, eigentlich lohnt sich für den noch nicht mal so der Klick auf kein Interesse, weil der halt einfach komplett redundant ist und egal ist. Und ich glaube vielleicht, das ist, glaube ich, noch die härteste Kritik ist, die du einem Film geben kannst, abseits von, dass der Film scheiße ist. Ja, der ist halt so ein bisschen egal, ne? Also ich meine, eigentlich passt er damit fast so ein bisschen in dieses, auch in dieses Netflix-Portfolio, weil, also ganz zynisch gesprochen, könnte man halt sagen, das wäre halt auch so ein Film tatsächlich für so ein Second-Screen-Erlebnis. Also du guckst halt ab und zu drauf, du kannst dich halt nicht aufregen, deswegen kannst du halt währenddessen auch irgendwie auf dem Handy spielen. Und ich bin auch bei dir, also ich meine, der sieht halt besser aus als Atlas, als A Heart of Stone, weil das diese großen Projekte sind, die bei den Effekten völlig versagen. Solche Effekte gibt's hier nicht. Also ich meine, es wird halt auch ein Haus in Brand gesetzt und das sah völlig in Ordnung aus, auch wenn da man sagen muss, warum wird aus dieser coolen Kulisse ein brennendes Haus und Parker ist da drin, da muss man doch was draus machen, das muss richtig cool sein. War's dann leider nicht, aber der ist halt völlig in Ordnung, also ich würde sagen, der ist wie so eine, wie so eine hochwertige TV-Serie produziert. Also ich hab diese Woche auch wieder die, eine neueste Folge The Rookie geguckt. Das ist halt ein ähnliches Produktionsniveau. Das ist halt voll gut, also bei The Rookie ist halt eine Serie, ist noch was anderes, aber so ungefähr ist das auch inszeniert. Also da kannst du dich irgendwie nicht drüber beschweren, aber es gibt auch keinen Shot, wo du denkst, bam, das ist irgendwie eindrucksvoll, bemerkenswert, erinnerungswürdig. Ja, aber es sagt ja schon wirklich viel über die Qualität von diesen Netflix-eigenproduzierten Filmen aus, wenn man sagt so, hey, sie haben diesmal nicht die Hälfte vor Greenscreen gedreht. Auf jeden Fall, ich finde, das muss man dem Film zugute halten, also der hat natürlich auch ein geerdeteres Setting, da kann man das machen, aber der sieht halt in Ordnung aus. Also, ja, der sieht echt aus. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja. Glaubst du denn, dass vielleicht jetzt durch Trigger Warning Jessica Alba vielleicht nochmal so ein zweites Karrierehoch erhält, dass vielleicht jetzt ein paar Leute wieder sagen, oh, wir möchten mehr von Jessica Alba sehen? Oder glaubst du vielleicht, dass das, und das ist ja eher so die Kategorie, wo ich langgehe, dass wir in einer Woche diesen Film wieder komplett vergessen haben und er vermutlich versauern wird auf den Watchlisten der Netflix-User? Ich kann Netflix überhaupt nicht mehr einschätzen. Also, es ist jetzt ja vor ein, zwei Wochen ist ja hier Under Paris, also unter der Seine, auf Netflix veröffentlicht worden, dieser französische High-Film, den ich ganz furchtbar fand, der einfach auf die eins geschnellt ist und jetzt schon einer der erfolgreichsten Netflix-Filme ever ist. Ey, wie konnte das passieren? Ich weiß es einfach nicht. Und dachte, was, wow, also, der macht ja noch nicht mal als Trash-Film Spaß, der ist ja wirklich, der ist ja, gut, wir reden ja eigentlich nicht über den Film-Maker, wer gerade dabei ist, ich verstehe es auch nicht. Also, und es gibt ja doch diese Sache, dass Netflix einen Film für gesehen abhakt, wenn du irgendwie zwei Minuten guckst. Und ich würde mich wirklich mal fragen und interessieren, wie viele Leute diesen Under Paris, wie er, glaube ich, im Englischen heißt, komplett gesehen haben und wie viele nach irgendwie zehn Minuten gesagt haben, Leute, keinen Bock mehr. Das würde mich interessieren. Ja, und es ist halt so komisch, es ist ja auch auf Netflix manchmal so, da kommt so ein, weiß ich nicht, so ein Action-Thriller, der vor 15 Jahren veröffentlicht wurde, wo vielleicht, weiß ich nicht, Pierce Brosnan oder so mitgespielt hat. Der kommt und dann ist er auf einmal in der Top Ten. Also, ich verstehe diesen Algorithmus nicht, was da los ist, dass irgendwie, also, die belanglosesten Filme können irgendwie erfolgreich sein. Deswegen, also, ich würde das Trigger-Warning irgendwie zutrauen. Übrigens, ich habe keine Ahnung, warum dieser Film so heißt. Ganz ehrlich, bei der ganzen Besprechung jetzt schon, jedes Mal, wenn du Trigger-Warning sagst, stelle ich mich automatisch auch ein, dass du sowas sagst wie Trigger-Warning. Deswegen, Selbstmord, Selbstverletzung, ich bin so konditioniert darauf, dass nach Trigger-Warning immer so eine Auflistung kommt von schlimmen Sachen und bin dann jedes Mal verblüfft, wenn du einfach sagst Trigger-Warning und das Gespräch nochmal weitergeht. Ja, also, ich meine, aktuell hat ja auch, ach Mensch, jetzt habe ich natürlich ihren Namen vergessen. Wie heißt nochmal der junge Star aus Freaky Friday und Girls Club? Lindsay Lohan hat ja auch eine, genau, hat ja auch eine Netflix-Hoch gerade wieder. Also, und ich glaube, ich habe keine neuen Filme mit ihr gesehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie die Kracher sind. Also, vielleicht sehen wir jetzt Jessica Elber häufiger so in Netflix-Streifen. Also, ich würde es ihr gönnen. Also, ich würde mich, ich freue mich auch, sie zu sehen. Ist jetzt nicht so, dass ich wegen ihren Filmen einschalte, aber warum nicht, ne? Also, ja. Aber, das mit Trigger-Warning, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil eigentlich, wenn du einen Action-Film so nennst, musst du ja eigentlich was liefern, dass da irgendwie der eine Moment kommt, an dem die Figur Parker sagt, okay, jetzt ist es vorbei, ne? Jetzt Tabula Rasa. Aber der kommt hier gar nicht. Jetzt, wo du es sagst? Nee, überhaupt nicht. Also, ich meine, Trigger-Warning wäre ein Name vielleicht für The Sadness gewesen vor ein paar Jahren. Der hätte so heißen können. Aber das hier, das ist ja auch so, also, ich hätte mich ja gefreut, wenn der Film mich irgendwie vor den Kopf gestoßen hätte und ich gesagt hätte, oh nein, da rege ich mir jetzt drüber auf, weil wir können sie nur, weiß ich nicht, ein Baby erschießen oder sowas. Also, das wäre ja was Mutiges gewesen, aber das ist dieser Film ja auch nicht. Ja, das stimmt leider. Nicht, dass ich jetzt möchte, dass Babys erschossen werden. Nicht, dass man mich hier falsch versteht. Wenn ihr wollt, dass Johannes so Kreuze kriegt, nutzt die Kommentare dafür. Ich möchte anmerken, ich möchte keine Babys tot sehen. Ja? Ich esse lieber lebendig. So, dann hätten wir schon mal den Höhepunkt dieses Podcasts erreicht. Johannes, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Zu Trigger-Warning außer deinem Fazit? Nö. Gut, dann ist jetzt Fazitzeit und, ähm, ja, Trigger-Warning, Johannes. Wie fandest du denn jetzt zusammengefasst Trigger-Warning? Ja, der ist halt völlig in Ordnung. Man kann ihn gucken und dann hat man ihn nach einer Woche vergessen. Man kann ihn nicht gucken und dann wird man sich sowieso nicht an ihn erinnern. Ich kann mich irgendwie nicht über ihn aufregen, außer, dass er halt so egal ist. Schaut euch einfach die erste Staffel The Reacher an, da habt ihr mehr Spaß mit. Ich werde vielleicht noch anmerken, wenn ihr wirklich Jessica Alba-Fan seid, ähm, dann viel Spaß, dann werdet ihr vielleicht diesen Film ein bisschen mehr abgewinnen können als Johannes und ich. Wenn ihr einen Actionfilm erwartet, äh, äh. Wenn ihr ein gutes Drama erwartet, äh, äh. Wenn ihr aber einen Netflix-Blogboster erwartet, der einfach nur künstlich aussieht, auch äh, äh. Ja, alles ist irgendwie so, äh, äh. Und, ähm, das ist schade, weil ich hatte mich ein bisschen darauf gefreut, aber der Film ist, also, er ist, wie gesagt, der ist echt solide. Also, da hat der Johannes schon recht, aber er ist halt auch dabei so unglaublich redundant, dass ich glaube, normalerweise haben Netflix-Filme, ich sag's immer so gern, die Haltbarkeitszeit und Frischmilch. Also, nach drei Tagen vergiss es. Ganz ehrlich, ich glaube, bei Trigger Warning könnte ich mir vorstellen, dass jetzt, der ist am Freitag gestartet, dass am Sonntag schon kein Hahn mehr danach gerät. Aber, da gebe ich Johannes auch recht und ich mag es nicht, Leuten recht zu geben, die nicht ich sind, aber Netflix, man weiß es nicht. Also, es könnte auch sein, dass jetzt in zwei Wochen rauskommt, Trigger Warning ist der erfolgreichste Netflix von aller Zeiten. Ne, wer weiß das schon, wir werden das beobachten und, äh, vielleicht, wenn Trigger Warning 2 in drei Jahren auf der Matte steht, dann hören wir uns wieder. Ja, damit sind wir jetzt hier durch von der Besprechung von Trigger Warning. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt und Podcasts und natürlich auch unsere Webseite www.tele-stammtisch.de. Außerdem haben wir einen Community-Server bei Discord, das ist so was ganz Modernes, ich als alter Sack käme hier da nicht mal mit aus. Tele-Stammtisch und dann slash Discord, guckt einfach in die Beschreibung, da findet ihr einen Link. Ich bedanke mich bei dir, Johannes, für deine Zeit, ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr zugehört habt, so gut es geht und ich sage tschüss und Johannes, dir gebührt das letzte Wort. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, auch bei allen, die zugehört haben und, ähm, ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Andi.